Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal und das ist hier die Kurzfassung meines Hinter-den-Kulissen-Videos, das irgendwie sonst zweieinhalb Stunden oder sowas dauern würde, also ganz schön lange. Falls ihr die euch reinziehen wollt, tut das wirklich nur, wenn ihr nichts anderes zu tun habt und ihr wirklich da mal ein bisschen genauer hinschauen wollt, könnt ihr das gerne anschauen, aber sonst würde ich euch natürlich mal die Kurzfassung empfehlen, wenn ihr Lust habt. Ich habe Musik eingefügt, falls euch die Musik aber nicht gefällt, ich glaube ihr wisst, wie man YouTube stumm stellt und seine eigene Musik per Spotify oder irgendwie anders anmacht, könnt ihr eure eigene Musik rein spielen, könnt ihr natürlich auch gerne machen und natürlich meine Musik ist ja erstmal egal und ja, mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Eine etwas längere Beschreibung gibt es am Anfang von einem großen Video, könnt ihr mal drauf schauen. Alle, die vom großen Video kommen, will ich hier gar nicht groß weiter stören, nicht mit den gleichen Infos zuhauen. Deshalb wünsche ich euch jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß mit der Timelapse. Ihr seht, ja, die dauert trotzdem noch. Ihr schaut das Ganze in vierfacher Geschwindigkeit. Die ganze Musik ist aus dem YouTube Audio Library und ich glaube, dann habe ich alles gesagt und viel Spaß. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.